Jetzt lass dich doch erst ankommen, meine Onna, tranquillostai. Komm, setz dich zu uns. Wir feiern gerade die Tau von unserer Enkelin, Regina. Faccham un bel Brindisi. A Julia. Salute. Alla Salute. Der Tuo Papa, piccolino. Darf ich? Ja, klar. Das ist das Kleid von damals. Das ist Giuliettas Kleid. El visito di Giulietta. Sie strahlt wie Giulietta. Vero. Es war ihr Lebenselixier. Jeder hat ein Talento, eine Begabung. Ist ein schönes deutsches Wort, die Gabe. Das Kleid hat sie dann auf unserer Hochzeit getragen. Giovanni! Mach's doch wahr! Giovanni! Komm zurück! Du musst verstehen, es ist nicht einfach für ihn. Er hat seine Schwester geliebt. Alexander hat mich gebeten, Vincenzo zu suchen. Er muss ihm etwas sagen, etwas sehr Wichtiges. Vincenzo lebt in Turino. Rosaria! Giovanni, ruf ihn an. Wenn du es nicht für Alexander tust, dann mach es für Giulia. Sie hat es verdient, ihren Vater kennenzulernen. Er hat aufgelegt. Tut mir leid. Du armer Schatz. Rosaria? Oh, Giulia! Amoridizia! Ich, ähm... Ich hätte gern die Adresse von Vincenzo. Das gehört幅. Zuhause. Ich lGANne.